Ich habe mich um Nemnok gekümmert, obwohl Tadok kaum Grund haben wird, mir dankbar zu sein. Vielleicht kann er trotzdem in dem Wissen, dass Kai tot ist, einen Schlussstrich unter die Sache ziehen. Aber Nemnok ist noch am Leben. Muss ich wirklich direkt auf Nemnok losgehen? Und einfach töten, bevor die anderen mich töten? Ja, ja. Ein Schiff, H, über kurz oder lang wird der mächtige Nemnok über eine flotte Kriegsgalli anverführen. Ja, ja. Ich mache jetzt keine Dummheiten. Lass das, Kali. Ich schwöre Nemnok ab. Naja, kommt. Aus. Nemnok nehme ich an. Ja, ja. Quä, Panigin ablegt hinter dich, um zu sehen, ob Kali eine andere Gruppe von Tizieropfer meint. Äh, ich opfer, ich denke nicht. Siehst wie ein riesiger Impf aus, ja. Immer noch ein riesiger Impf. Nehmen wir mal die zwei. Na, es gibt keine Grütter, die größer als Nemnok sind. Nemnok, ja, ja. Aber. Ja. also so ist das ganze irgendwie nur ein einziges großes chaos wenn ich halt nicht töten darf ist kali also mein erster ansatz mich zurückzuziehen und erst seine leute loszuwerden war doch besser wie weit ist das ding go anyway we're gonna run out of mountain soon we lay down our lives before your magnificent you are the keyhole the stem of the rose so werden sie gleich wollte ich eigentlich nicht so ich wollte schon den part mit dem lapern machen so ich würde ich bin für den anlass nicht korrekt gekleidet ja 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 ich bin gekommen hast du es nicht gehört ah dann muss man mitleid mit dir haben er schlägt die faust in die hand und nickt ja ja mach jetzt keine dummheiten ja lass das kali mir gefällt dass sich wohin das führt level up für seraphim okay hallo riesen impf nemnok nehme ich an du weißt wie man eindruck macht auch weil ich denke nicht ist immer noch ein riesiger ich gehe versuche mich aufzuhalten okay dann versuchen wir es erstmal mit zurückfallen lassen ähm so so bei der super fähigkeit einschalten so kali ist dahinten dahinten kann kali auch ruhig bleiben so du heisst ähm mal also du hast mal fenrier du machst einen unbeugsamen schild an kalegener auf flammenlager da würde ich das nicht viel helfen würde nehme ich an nein das heilt ihn sogar kali ist immer noch da hinten noch mal äh fenrier spiel stelle ich einfach mal tot okay du bist jetzt ganz tot oder der heißt mal wieder die rüstung an balegener du erheizt dich alof beschwör mal im phantom das helfen sollte oh fenrier hat sich wirklich nur tot gestellt seraphin seraphin was kannst du denn machen so bild war die inspiration brillant ah nö jemanden aus dem spiel nehmen nee okay so jetzt haben wir den da direkt vor uns balegener halben mal seraphin okay niedrige gesundheit fenrier der soll sich wieder totstellen gut du bist schön aber ja 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 oh ja 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 Du machst noch mal das an. Galegina, halt eh der. Schnell. Hm, Fenrir ist jetzt bald tot. Das heißt, mach ihn wieder bewusst los. Du die Heilung, du auch mal die Heilung. Oh, ja. Warum nimmt er eigentlich nemnok keinen Schaden, hä? Äh, Galegina, Heil Edea. Wo ist denn der Mnok jetzt? Oh, das ist mies. Ja, der hat wohl jetzt doch mal vorne Deckung. Okay, das ist jetzt kacke. Wobei, Edea müsste gleich wieder aufstehen. Gut, Edea steht wieder auf. Wir lassen uns mal zurückfallen, auch wenn das jetzt gefährlich ist. Oh. Au, das war Alof. Ich muss versuchen, alle außer, äh, Kadi und Nemnok loszuwerden. Es ist mir ja jetzt, dieses Mal recht gut gelungen, eigentlich. Aber wenn Nemnok seine Haut draufs nicht mehr hat, also gerade die Fernkämpfer, dann ist es einfacher auf jeden Fall. Ja, ja, das kennen wir alles. Das ist Kali. Da kommt Nemnok. Äh, Nemnok, nehm ich an. Ja. Okay. Wieder Rückzug. Au. Nein, Rückzug, hab ich gesagt. Jetzt könnt ihr boschen. Äh, das da. Mir gefällt es nicht so, um Single zu sein. Allof, beschwör dein Phantom-Buddy. Brüche. Dead! Oh, they knitted me. What for, Captain?